Ab! Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube-Video! Heute wieder gemeinsam mit Maurice! Was geht ab? Wir werden jetzt zu einem kranken Bike-Läuftypen von hier aus Miami fahren. Der braucht mir dann einen Bike für heute, irgendeinen Dirt-Bike, mal gucken was es wird. Tja, dann machen wir ein kleines Ride-Up mit denen. Wird auf jeden Fall wild, glaube ich. Das wird... das ist der OG-Shit auf jeden Fall. Das ist der OG-Shit, ja. Also wir sehen uns da gleich, wenn wir bei ihm sind. So Freunde, ich glaube wir sind jetzt hier. Es sind noch zwei Häuser entfernt. Es ist ein bisschen hier das Ghetto. Also ich hoffe, dass uns hier nichts passiert. Hermann, pull up! Ich glaube, dass wir gleich erschossen werden, weil wir auf einem fremden Grundstück stehen. Also ich glaube, in manchen Bundesstaaten ist es gesetzlich, jemand zu erschießen, wenn er auf deinem Grundstück ist. Echt? David meinte das, ja. WTF? Vielleicht pullt ihr euch auch ab jetzt auf dem Truck mit zwei Bikes hinten oben. Das wäre wild. Diese Pünktlichkeit. Ja, lasst dann treffen. Ja, okay, noch was. Okay, noch was. Ja, das ist Amerika. Wir hätten eigentlich ausgemacht, glaube ich, zwei Uhr. Dann waren wir, ja, um zwei Uhr bei der Tankstelle. Dann schreibt er drei Uhr. Dann sind wir Tank & Donuts gefahren. Jetzt sind wir hier. Er hat nochmal geschrieben in 10 Minz. Jetzt sind zehn Minuten vorbei. Also mal schauen, wie lange er jetzt noch braucht. Wir stehen noch hier wie so zwei Vollidioten. Ja, wirklich. Im Bimmer, 328i. Schaut's ab. Oh yeah. Mal gucken, welches Bike ich jetzt heute bekommen werde. Ich kann das fahren? Ja, ja. Ja, danke. Kann ich fahren? Ja. Einfach ohne Tankverkleidung. So, ich bin jetzt hier auf dem Bike, was ich heute fahren werde. Von Mali Wiz. Was genau steht da? Before I leave on this journey, I pray you're watching over me. And if my bike lay down today, I pray to God I walk away. So, wir fahren jetzt erstmal unsere Bikes tanken. Er fährt irgendwie in Aprilia. Aber es ist auf jeden Fall crazy, dass er mir einfach so was am Bike borgt. Also, echt korrekt. Und der hat jetzt hier eine RSV4 rausgeholt, oder was? War jetzt nicht so gesprächig, oder? Nö. Irgendwie nicht. Er hat einfach einen Joint im Mund. Ja. So. Jetzt fährt er einfach ohne Hilfe. Das gibt's nicht, Junge. Also, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall chasen jetzt. Ja. Also, heute wird komplett reckless gefahren. Holy shit, Alter. Ja. Du brauchst auch Gas? Ja. Ja. Ein bisschen. So, danke, dass du mir die Bikes benötigst. Das ist wirklich schön. Ja. Da sind einige Leute, die jeden Tag fahren, oder? Ja. Es ist Friday, also. Okay. Du kennst, in Europa, du könntest nie etwas wie das machen. Ride mit Dirtbags in den Straßen. So, die Leute sind aus Europa? Ja. Ich bin aus Austria. Aus Austria, ja? Ja. Ja. How long have you been riding? Since 2014 and since 2016. Okay. Ja, I've seen you at the ride out last week. You've been killing it. Boah, es ist so komisch, jetzt wieder auf Stollen zu fahren. Ja. Wir sollen auch mit Red Lights. Ja. Ja. Wir sollen stehen bleiben bei den Red Lights und nichts passiert. Okay. Fuck, Alter. Okay, also jetzt fahren wir doch immer los. Danke, Alter. Das ist jetzt wirklich OG. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, Alter. Was passiert hier? Oh Mann, Alter. Das Fahrzeug ist geil, das Ding. Ja? Ja? Das fühlt? Alter, wie ehrenhaft das von ihm ist, dass er uns einfach sein Bike gibt und er selber jetzt eigentlich wahrscheinlich gerne Wheelies machen würde. Ja, wahrscheinlich. Always. Das ist doch ein Handy im Mund. Hä? Und immer über den Mund. Warum haben wir denn überhaupt die ganze Zeit gewartet? Keine Ahnung. Aber er fühlt's doch voll, dass wir jetzt hier mit ihm fahren. Fühlt das die ganze Zeit. Ja, irgendwie kann. Jetzt telefoniert er einfach. Das ist so geil. Ja. 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 Ja, Sauber. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ach du Scheiße, das geht der Tag. Heilige Scheiße. Vor Zeit den Fakt bekommen, hm? Ich glaube, er weiß nicht, dass das für uns nicht normal ist hier. Ja, er denkt wahrscheinlich ist der Junge. Macht doch einfach, bekommen wir auch Spaß. Das ist wirklich wie ein GTA, die Cops machen auch nichts, das ist ja nur Scheiße. Na ja, die Cops machen GTA was mehr. Das geht eher so ab, Alter. Junge, what the hell? Hier sind überall Cops, ne? Ja, das ist crazy, Alter. Überall. Also ich muss schon sagen, was wir hier machen ist schon echt sketchy und heftig. Also macht das bitte nicht daheim nach, das ist alles hier zu Testzwecken. Wir filmen eine Dokumentation. Also Regel Nummer 1 hier, never stop for Cops. Und wenn ein Bike den Geist aufgibt, den Bike liegen lassen, zu Fuß weglaufen. Ha, das ist wirklich der Lifestyle, ey. Wieder Police. Police ist überall hier. Oh, bitte jetzt nicht über die rote Ampel, Bruder. Okay, jetzt wieder schon wieder Wheelie. Hier ist schon wieder Polizei. Okay, das gibt's nicht. Er fährt einfach ohne Kennzeichen und du hast ein Dirtbike, Junge. Ja. Ah, fucker, da. Ja. Nee, schadet nicht. Ich will pay for this. Ich bin gut, alles gut. Ja, kein Problem. Ich bin sicher. Ich bin sicher, es ist nur das. Okay, wir schauen uns das. Ich habe meinen Fuß über die Sitzbank gegeben und habe One-Händer gemacht. Also ohne Lefthand und bin schiefgekommen. Digger, mein Schuh ist auch so kaputt. Heilige Scheiße. Oh, jetzt auch noch mal ein Freepoint. Haha. Ich denke, die Handelbar ist ein bisschen bent. Oder vielleicht nur dieses. Ich meine, es ist nur das, wenn du es für eine neue. Ja. Alles andere war gut. Ja, sag mir, wie viel alles ist und ich werde dir die Geld geben. Das ist okay für dich. Ja? Ja. 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 Der Helm schaut echt nicht gut aus. Also wirklich, Freunde, zieh deinen Helm an. Das ist das Wichtigste, was es gibt. No joke. Ich habe ein Brennglas verloren. Ja. Es lag auf der Straße. Ich hatte es kurz in der Hand, aber dann habe ich mir gedacht, fuck it, wenn die Polizei jetzt kommt, lieber safe. Weil die Polizei war auch direkt hinter uns. Die waren so fünf Autos hinter uns. Die haben es sogar gesehen, die haben es safe gesehen, wie ich gecrashed bin. Aber sie sind einfach weitergefahren. Der Crash sah so brutal aus. Der hat mich gerade auf dem Handy gezeigt. Junge, er war echt schnell. Ja. Also macht das auf jeden Fall nicht daheim nach. Das war alles für dokumentarische Zwecke in diesem Video. Manchmal passieren halt eben Fails. Genauso wie in jedem Sport. It's part of the game. Ja, it's part of the game. Genau. Also es ist nicht, weil wir hier irgendwie nicht aufpassen oder so. Aber trotzdem. Ride safe, guys. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Whee! Whee!